Was ist das denn? Ah, das hatte ich auch mal. Schmutzrückstände. Da brauchst du den richtigen Wasser enthärter. Sind die Spuren bereits außen sichtbar, haben sich Kalk und Schmutz längst im Innern festgesetzt. Die neuen Calgon 2 in 1 Tabs mit ActiClean-Formel haben jetzt noch mehr Reinigungskraft und schützen ihre Maschine vor Schmutz und Kalk. Saubere Waschmaschine, saubere Ergebnisse. Mit Calgon 2 in 1. Auch erhältlich als schnelllösliches Gel. Extra stark gegen Schmutzrückstände.